Ich versteh es nicht. Schäufelchen. Schäufelchen, hier wegschaukeln. Schaukeln. Schaukeln. Das ist ein Eingraben, wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber es tut sich halt irgendwie auch nichts mit dem Ding. Ich habe keine Idee mehr, was der von mir will. Die Steilung ist halt eigentlich ziemlich schlecht. Puh. Ja, da muss man da irgendwie rauf. Hier. Da. Rauf. Dann hier. So lang. Hier rüber. Dann wahrscheinlich hier rauf. Dann da oben rauf. Dann hier rüber und da weiter. Da irgendwas machen. Dann geht das Ding da hinten auf. Und da kommt man dann irgendwie weiter. Aber dazu muss ich das Ding blockieren. rein. Es hat sechs. Ah. Wisst du was? Da müssen wahrscheinlich die sechs Dinger da rein. Das ist das Ding. Nein. Das ist das Ding. Ah. Das ist das Ding. Ah. Das ist das Ding. Das ist das Ding noch. Dann haben wir nicht genug Gewicht. Die sind gewünscht. Ich bin mir nicht schlecht. Sondern ich fiel auch eigentlich da sechs in der Mitte. Und ich muss den blöden Fußball nehmen. Oh, das ist noch irgendwo einer. So ein Metallschöpferchen liegt natürlich nicht so viel wie so ein Metallschöpferchen. So, auch noch oben drauf, vielleicht rechts jetzt. Vielleicht, wenn ich ein bisschen schneller bin. Oder ich muss noch die Fußball holen. Vielleicht ist da auch noch mal eine Abfrage drin. Da habe ich schon noch mal einen Fußball-Woman. Der war auf jeden Fall schwerer. Oh, das wäre. Das hat mir hingefallen. Zu viel Lauf. Nicht gut. Was ist da Fußball? Was ist da Fußball? Bei mir war, dass der Fußball immer da so hier in die Richtung gerollt ist. Und hier dann irgendwo... Ich stehe mal da oben. Ein bisschen besser überblick. Hier irgendwo liegen geblieben ist. Guck mal, da ist gerade das Tor wieder zugekommen. Ach ne, Quatsch. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. hier ging es noch mal runter und runter und runter und runter und runter und runter und runter das wäre so ungefähr die tiefste sache die klinge ich freue mich noch eine sechste figur ich bin doch jetzt irgendwie alles abgenommen ich denke schon richtig drin was ist das ich bin nicht nur auf jeden der diese die 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 Was ist gerade? Irgendwann schießen wir oder? Jetzt legen wir jetzt auch noch oben rauf Schön ans Ende wegen der Hebelwirkung Jetzt versuchen wir es nochmal Physik Engine sagt ja Das wiegt alles was Und du darfst da auch Aber irgendwer sagt mir Neee Das gilt nicht Weil du musst 6 von den Figuren haben Da frage ich mich Wo finde ich die 6 denn? Sind ja auch 6 Kugeln da ne? Wo ist die letzte Figur? Wo ist die letzte Figur? Eins ist klar Die ist am schwersten versteckt Weil sonst hätte ich sie ja schon lange gefunden Wo ist die 6. Figur? Vielleicht muss ich die ja ausgraben So Schön ans Ende legen Ja das ist Solid Ich hänge da bis am Ende Aber Es ist nicht Er lässt mich nicht Wahrscheinlich weil ich da keine 6 habe Was natürlich auch ein gut Ding ist Wenn ich an der richtigen Position ist Dann muss es mich trotzdem machen lassen Weil ich da eigentlich einfach all diese Volk drüber laufen kann Oder hochklettern kann Das kann ich dann nicht abfragen Hat er denn die 6 der Dinger dann in die Mulde gestellt? Vielleicht gibt es auch noch 5 Da sind 6 Mulden Da brauchst du 6 Dinger Wo ist das 6 der Ding? Wo ist das 6 der Ding? Das ist ein Riesen Wie kann man nehmen mit das? Werden wir nochmal den Äh Das könnte auch eine Das war doch ein Schuppen Also man könnte auch denken Das ist ein Schuppen Und dann könnte man denken Im Schuppen werden Werkzeuge aufbewahrt Und dann Könnte man weiter denken Dieses ist eine Säge Ich sehe nur keine Sägezähne Aber so grob von der Wurm Äh Ähnelt das doch einem Fuchsschwanz Oder? Aber auch nur grob Und wenn ich das jetzt nehme Und jetzt da wieder hingehe An das andere Ende Könnte es doch sein Dass ich in den Keller reinkomme Mit diesem Werkzeug Dann schleppen mich Dasmals auf dem Bisther guckt Auf dig wenn er habe ich dieses land Geräusche sagen. Ne, ich soll nicht mehr Rippe machen. Rippe, sonst hätte ich machen. Das wäre ja jetzt der Gag, wenn ich damit das Ding da irgendwie aufkriegen würde, oder? Und das eine Säge wäre. Und da drunter dann? Weil es geht ja dann Wo ist es denn jetzt? Das ist mir jetzt da runter gefallen. Da ist es mir jetzt dazwischen gefallen. Jetzt ist es immer weg. Scheiße. Weil ich sehe Ach, das ist mir noch oder so. Das ist mir doch echt da reingefallen. Ich glaube, ich nehme. Dunkel laufe. Guck mal. Ich habe mich jetzt so. Warte mal. Ich habe da ganz kurz noch eine Hand gesehen. Ah, ja, ja, jetzt. An. Was habe ich denn da jetzt? Was ist? Was ist denn das? Eine Latte oder was? Ja, was ist denn eine Latte? Ach, nee, das ist eine Tür. Und ich muss das da halten und und zur Seite weg. Warum auch die andere Seite auch noch? Ja, das reicht mir. Das ist die Latte hier. Die ich da. Ich guck mal nach vor. Und da ist jetzt auch mein links abgeblieben. Das ist wirklich gut. Ich guck mal nach vor. Ich guck mal nach vor. Was haben wir hier? Da habe ich nochmal ein Spielzeug. War das? In Ordnung wie ein Spielzeug, hier? Die Augen sind so seltsam aus. U甚. Ist das der 6. Ich stütze hier ab, oder? Ich muss gleich nicht drücken. Ich hoffe, dass deine Mutter gut ist. Ich hoffe, dass deine Mutter gut ist. Ich werde mit euch. Physikalisch wird sich das jetzt genau so gleich verhalten. Aber es war noch mal eine Abfrage drin. Dass du auch ja die sechs von diesen komischen Umus hast. Sonst gilte das nicht. Sonst soll ich mir fast so schreckt, dass ich mir fallen will. Dann gehen wir wieder auf. Dann nehmen wir das Scheufliche zur Seite. Und pack jetzt hier die sechste Figur rein. Nein, das ging wie Y. Die sechste Figur reinladen. Jetzt kann ich genauso bis zum Ende gehen. Jetzt drehe ich mich. Jetzt kann ich hoch. Ich habe es mir gedacht. Es war genau dasselbe. Die Physik stimmt da hinten. Es ist dann halt schwer. Und ein Schäufler und diese stumpfe Säge bringen genauso viel wie die sechste Figur. Aber er lässt mich nicht drauf. Es ist genau dasselbe gewesen. Das ist noch mal eine extra Abfrage. Tja, da muss man halt denken wie ein Spieleprogrammierer. und nicht die Musik. Da will ich gar nicht runterfallen. Und dann? Oh, okay. Ich habe es mit einem nicht weg. Emen runter. Ich habe es nicht versucht, in die Luftwälder zu besuchen. Das ist die medische Luftwälder. Ich habe es nicht möglich, aber ich werde es nicht verletzen. Ich habe es nicht versucht. Ich habe es nicht geschafft, dass ich mich alleine bei der Luftwälder weggehebe. Ich habe es nicht funktioniert. Kann ich da rüber gehen? Do you want to hear the melody again? Alright, one more time, then it's time for bed. Oh, that's it. Die sind schreit. Die sind schreit. Oh, endlich. Wir müssen uns näher kommen. Nyaa. Sie sind schreit. Woops. We made it back. I wasn't gonna back. Oh me Teddy. We have to find a way to safety. Find a way out of this mess. He is moving on. He is moving on. He is moving on. But don't be afraid. You and me will work this all out. Together. Together. Was für diesmal habe ich noch was? Ach die Spieluhr. Ja. So. 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 So.